Ein richtiger Gruppies. Nein, überhaupt nicht. Aber wie verliegt heute sind wir da. Ich muss kommen. Ich habe all diesen Weg, von Kalifornien nach Vienna zu kommen, um sie zu sehen. Ich bin sehr begeistert. Ein richtiger Gruppies. Ich bin seit meiner Jugend seit 40 Jahren Bad Power & Fan. Hey, es ist eine gute Band. Ich muss sie sehen. Ein richtiger Gruppies. Die beste Band der ganzen Welt. Es ist mindestens so gut wie Wurztop. Es ist unglaublich. Es geht gar keine Steigerung mehr. Wahnsinn. Ein tolles Konzert. Sehr professionell. Sehr gute Musiker. Perfetto, perfekt. Es war grandios. Bad Power & Fan. All the time what is possible. Bad Power & Fan. Bad Power & Fan. Bad Power & Fan.